Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christoph Richter von der Mull & Partner Ingenieurgesellschaft. Ich darf Sie heute durch das Thema Boden und Altlasten der Rahmenvertragsinitiative Bauleitplanung des Landes NRW führen. Für die Erarbeitung eines Rahmenvertrags LVs haben wir Ihnen als Einführung zunächst einmal einige wesentliche Grundlagen im folgenden Vortrag zusammengestellt. Dies betrifft eine Übersicht über Gesetze und Verordnungen. Im Folgenden stelle ich Ihnen dann einerseits den Altlastenerlass zum Thema Boden in der Bauleitplanung als auch einen Leitfaden zum Bodenschutz in der Umweltprüfung vor. Für die Erläuterung haben wir fünf beziehungsweise neun Folien im Vortrag vorbereitet. Im zweiten Teil des Vortrags stelle ich Ihnen dann neben dem Ablauf von Bodenuntersuchungen Leistungsverzeichnissen mit entsprechenden Teilleistungen zu den Bodenuntersuchungen vor. Damit Sie wissen, wer die M&P Group ist und wer ich bin, zeige ich Ihnen zu Beginn, quasi in einem kleingehaltenen Werbeblog, einige Informationen über unsere Ingenieurgesellschaft. Die M&P Group besteht aus verschiedenen Gesellschaften, die sich primär mit den Themen des Umweltschutzes, der Geotechnik und des Ingenieurwesens beschäftigen. Aktuell arbeiten 420 Mitarbeiter in der Gruppe. Wir haben 2019 einen Umsatz von 35 Millionen erzielt. Das Unternehmen ist ein Familienunternehmen mit geschäftsführenden Gesellschaftern. Natürlich ist es wichtig, gutes Wissen aufzuweisen. Dafür haben wir sehr, sehr viele Fachleute. Deshalb können wir mit Spezialwissen und hoher Fachkompetenz am Markt bestehen. Und wir stehen immer für innovative Lösungen. Das natürlich bei Objektivität und Unabhängigkeit. Unsere Mitarbeiter arbeiten ihrer Qualifikation entsprechend in vielen verschiedenen Fachrichtungen. Wir beschäftigen Bauingenieure für die Geotechnik, Geologen und Geografen, Umweltwissenschaftler für jegliche Schadstoffuntersuchungen, sei es in Gebäuden für den Rückbau als auch natürlich im Boden, wo es ja hier in diesem Vortrag auch darum geht. Insbesondere natürlich auch gerade im Altlastenbereich. Für die tägliche Arbeit sind eine Vielzahl von Qualifikationen nötig mittlerweile in unserem Metier. Das heißt, wir verfügen neben öffentlich bestellten Sachverständigen in unserem Hause insbesondere auch über Sachverständigen nach § 18 des Bundesbodenschutzgesetzes, sodass wir entsprechend auch unsere gesamte Arbeit über das Bundesgebiet hier fachlich qualifiziert durchführen können. So viel soll jetzt erstmal zu unserer Gesellschaft gewesen sein. Ich selbst bin seit 1990 in der Gesellschaft tätig, also mittlerweile seit 30 Jahren. Wir haben in unserer Westgruppe Standorte in Köln, Düsseldorf und Hagen. Den Standort in Hagen darf ich seit 1995 leiten. Wir verfügen mittlerweile über die Erfahrung von annähernd ca. 20.000 Projekten im Bereich des Rückbaus, des Flächenrecyclings und der Altlasten- und Bodenuntersuchung. In NRW arbeiten wir für die Industrie, für große Bau- und Projektentwickler, für Kommunen, kommunale Unternehmen, für die BEG, für NRW Urban, den BLB NRW, sowie auch für die Deutsche Bahn, DHL, weitere Großunternehmen. Dem einen oder anderen Zuhörer wird sicherlich schon mal ein Gutachten unseres Hauses auf dem Tisch gelegen haben, sodass Sie uns von daher auch durchaus schon kennen können. Nun komme ich zum ersten fachlichen Teil des Vortrages, das heißt zu den Grundlagen und hier zu den wesentlichen Gesetzen und Erlassen. Für den Bodenschutz in der Bauleitplanung und den Baugenehmigungsverfahren ist natürlich neben dem Baugesetzbuch und der Landesbauordnung die Bundesbodenschutzgesetzgebung als relevant anzusetzen. Erlasse des Landes NRW regeln hier die näheren Vorgehensweisen im behördlichen Vollzug. Dies ist zum Beispiel neben dem Altlastenerlass aus 2005 auch zum Beispiel ein Erlass zum Aufbringen und Einbringen von Materialien unterhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht. Weitere Richtlinien der Arbeitsverbände, Lager, Labo, Lava, abfalltechnische Bewertungsrichtlinien wie die Lager TR Boden 2004 oder auch die Anforderungen an den Einsatz von RC-Baustoffen im Straßen- und Erdbau sind hier zu nennen. Im Detail gehe ich später dann noch speziell auf den Leitfaden Bodenschutz in der Umweltprüfung nach Baugesetzbuch aus 2009 ein. Wir kommen jetzt mit der Folie 10 zu dem fachlichen Teil, um einmal einen Überblick zu geben, welche Sachverhalte bei Bodenuntersuchungen berücksichtigt werden sollten. Dafür haben wir Ihnen einige Aspekte aus dem Altlastenerlass von 2005 und dem oben genannten Leitfaden aus 2009 zusammengestellt, die ich jetzt im Folgenden erläutere. Der Altlastenerlass Im Altlastenerlass sind zunächst auch alle wesentlichen Gesetze, in denen der Bodenschutz in der Bauleitplanung erwähnt und geregelt ist, aufgeführt. Das Bodenschutzgesetz verfolgt hier insbesondere die Vorsorge gegen nachteilige Einwirkung auf den Boden bei der Bauleitplanung. Geregelt ist unter anderem auch die Abwehr schädlicher Bodenveränderungen sowie auch die Sanierung des Bodens, Schrägstrich der Altlasten. Mit dem Bauplanungsrecht werden dann übergeordnet eben alle Belange und damit auch das Vorhandensein und die Auswirkungen von schädlichen Bodenveränderungen gesteuert. Der Altlastenerlass gibt hier somit einen guten Überblick über die Aufgaben für den Bodenschutz bei der Aufstellung der Bauleitplanung. Danach besteht zunächst grundsätzlich die Nachforschungspflicht, ob mit Bodenbelastung im B-Plan-Gebiet zu rechnen ist und hierzu dienen üblicherweise die Altlastenkatasterauskünfte. Die Nachforschungspflicht ist damit klassisch eine Leistung der Grundlagenermittlung, wie man die üblicherweise kennt und dies hier eben in Bezug auf die potenziellen Bodenbelastungen. Das Ganze finden wir in den späteren Folien dieses Vortrages auch nochmal in einem Beispielleistungsverzeichnis wieder. Für das Medium Boden muss ferner im B-Plan-Verfahren geklärt werden, ob eine Gefährdung für die Bebauungsplanung vom Boden ausgeht. Ob erhebliche Nachteile, also auch wirtschaftliche, für die Eigentümer sich ergeben können und ob zum Beispiel auch im Rahmen der Bebauung Belästigungen zu erwarten sind. Dies sind klassisch hier eben zum Beispiel Geruchsbelästigungen, die beim Aushut von belasteten Böden entstehen können. Dies erfolgt üblicherweise über eine direkte Bodenuntersuchung und entsprechende chemische Analysen im Rahmen des bekannten Bodengutachtens, worum es ja hier im Kern eigentlich dann geht. Anhand der Aufarbeitung dieser Daten ist dann schließlich eine Bewertung von möglichen Bodenbelastungen unter Berücksichtigung der Wirkungspfade und der Nutzungsszenarien durchzuführen. Der Erlass liefert hierzu wiederum wesentliche Hinweise. Ziel ist letztendlich die Kennzeichnung im B-Plan-Verfahren mit der Darstellung der Ursache, sofern Bodenbelastungen vorhanden sind. Aufzuführen sind Hinweise als Warnfunktion über mögliche Gefährdungen für die nachfolgenden Verfahren, also alle Baugenehmigungsverfahren im B-Plan-Gebiet. Mit der Folie 16 kommen wir nun zum Leitfaden der LABO, einer weiteren Orientierungshilfe für Bodenuntersuchungen im B-Plan-Verfahren. Die Orientierungshilfe liefert sehr viele fachlich hilfreiche und detaillierte Informationen und Bausteine zum Thema Boden in der Umweltprüfung. So werden die folgenden Aspekte inhaltlich behandelt. Die Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, ausgehend von den Wirkfaktoren und Faden, der Ist-Zustand der Böden, die Erheblichkeit und die Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens, die Planungsalternativen, insbesondere dann auch Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen und die Überwachung. Auf der Folie 18 haben wir Ihnen zusammengestellt, was Wirkfaktoren sind. Da gehen wir jetzt auch ein bisschen in die Tiefe der Betrachtung zum Thema Boden in der Bauleitplanung. Es handelt sich dabei eben um Einflüsse auf den Boden, sei es durch einen Bodenabtrag, durch eine Versiegelung, durch einen Auftrag, Schrägstrich Überdeckung, durch eine Verdichtung, einen Schadstoffeintrag oder auch durch Grundwasserstandsänderungen. Das alles können Wirkfaktoren sein, die Einfluss auf das Schutzgut Boden haben können. Die Tabelle 1 aus dem Leitfaden gibt eine Übersicht über die Wirkfaktoren auf den Boden bei Vorhaben der Bauleitplanung. Eingriffe in den Boden, zum Beispiel durch einen Bodenabtrag, sind somit beispielsweise relevant bei allen aufgeführten Nutzungsvarianten wie Bauflächen, Verkehrsflächen etc. Genaues Studium der Folie ist sicherlich im Nachgang zum Vortrag nochmal ganz interessant, wenn man detaillierter oder intensiver da einsteigen möchte. Beim Thema Bodenschutz in der Bauleitplanung sollten auch die Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Boden und anderen Schutzgütern betrachtet werden. Auch dazu gibt es in dem Leitfaden eine Grafik, die wir Ihnen auf der 20. Folie dargestellt haben, die Tabelle 2. Die Tabelle 4 aus dem Leitfaden zeigt wiederum Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, also Lebensraum, Tiere, Funktionen des Bodens auf den Wasserhaushalt, die Auswirkungen auf die Schutzgüter haben. Der Leitfaden zieht schließlich das Fazit, dass die Inanspruchnahme von Böden im Bebauungsplanverfahren nach Möglichkeit auf das unerlässliche Maß zu beschränken ist und nach Möglichkeit auf Flächen zu lenken ist, die vergleichsweise von geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind. Für die Vermeidung und Verringerung nachteiliger Beeinträchtigungen des Schutzgutes Bodens liefert der Leitfaden einige Ansätze, wie zum Beispiel über eine Anpassung des Baugebietes an den Geländeverlauf, eine Reduzierung des Versiegelungsgrades, eine Ausweisung von Grünflächen, Schrägstrich Schutzflächen, Schrägstrich Freiflächen, insbesondere die sachgerechte Zwischenlagung und der Wiedereinbau von Oberboden, was ja häufig mittlerweile ein Thema im Bauverfahren ist, der fachgerechte Umgang mit Verwertung von Bodenaushub, die Schutzmaßnahmen während der Bauphase und so weiter. Im Mittelpunkt steht natürlich, dass trotz der Berücksichtigung des Schutzgutes Bodens ein B-Plangebiet immer noch entwickelt werden kann. Auch hierfür haben wir in dem Leitfaden wiederum gute Ansätze gefunden, sodass man entsprechende Kompensationsmaßnahmen treffen kann. Die Tabelle 8 des Leitfadens gibt diese entsprechenden Kompensationsmaßnahmen wieder. Nach so viel Theorie, die aus der umfangreichen Gesetzeslage der Verordnung und der Leitfäden als Orientierungshilfen zum Thema Boden zu berücksichtigen sind, kommen wir nun zur praktischen Umsetzung von Bodenuntersuchungen mit der Übersicht über den Ablauf der Untersuchungen. Der klassische Ablauf von Bodenuntersuchungen gliedert sich zunächst erstmal in eine vorbereitende Phase, eine sogenannte historische Erkundung oder eine Grundlagenermittlung. Dies ist insofern immer ganz wichtig, dass man erstmal grundsätzlich zusammenträgt, was gibt es an Datenmaterial, um dann entsprechend später ein Untersuchungskonzept zu erarbeiten. Dazu kommt die Kampfmittelabfrage, die Einerholung von Betretungserlaubnissen auf den Grundstücken. Das ist halt gerade bei B-Plänen sehr wichtig, da es doch häufig eben Fremdeigentümer sind. Und da es ja kommunal gesteuert ist, muss letztendlich auch da erstmal die Betretungserlaubnis erwirkt werden. Danach folgt die Bohrpunktfestlegung im Gelände, die Entnahme der Bodenproben über häufig das Verfahren der Rammkernsondierung, Kleinraumbohrung, dann entsprechend nach der Auswahl der Bodenproben im Büro die chemische Analyse. Wenn erhöhte Werte nachgewiesen worden sind, dann macht es sicherlich auch da immer Sinn, nochmal ein paar Nachanalysen zu machen, um dann hinterher die Erarbeitung des Bodengutachtens soweit auch abschließen zu können und keine weiteren offenen Fragen mehr zu haben. Der Zeitbedarf wird normalerweise relativ gering angesetzt. Wir sagen immer, es macht Sinn, da wirklich ein bisschen Zeit für einzuplanen und das relativ früh anzusetzen und deshalb eben acht bis zehn Wochen alleine für die Phase der HE-Grundlagenermittlung benötigt man häufig zwei Wochen. Wir kommen nun zu den Leistungsverzeichnissen bzw. Beispielen dazu und auch Auszügen. Um Rahmenvertragsvereinbarungen zu schließen, macht es aus fachlicher Sicht Sinn, LVs für die Grundlagenermittlung, die historische Erkundung für die technischen Leistungen der Feldarbeiten, also Sondierungen, Boden-, Boden- und Luftprobennahmen, gegebenenfalls Versickerungsversuche, die chemischen Analysen und die Gutachter- und Ingenieurleistungen in jedem Fall zu erarbeiten bzw. festzulegen. Optional ist es sicherlich auch sinnvoll, wenn weitere Fragestellungen mit abgeklärt werden sollen, dass man noch LVs für Grundwasseruntersuchungen und dann durchaus auch für oberflächennahe Hohlraumerkundungen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, aufgrund des Bergbaus erarbeitet. Für die Grundlagenermittlung haben wir mal auf den folgenden beiden Folien 29 und 30 Leistungstexte erarbeitet, wo entsprechend eigentlich allumfassend aufgeführt ist, was im Rahmen einer historischen Erkundung erbracht werden sollte. Die Arbeiten der Grundlagenermittlung bzw. der historischen Erkundung schließen mit der Auswertung von allen Gutachten, die vorliegen können und entsprechend der Auswertung der zusammengetragenen Unterlagen und dann eben der Ausarbeitung eines Untersuchungskonzeptes, sodass man entsprechend eben auch auf die Grundstücke dann zugehen kann und da die Bodenerkundung vernünftig durchführen kann. Zur Durchführung der Bodenuntersuchungen sind zunächst die technischen Leistungen notwendig. Da haben wir Ihnen mal in der Folie 31 den ersten Ansatz von Untersuchungen entsprechend aufgelistet in Leistungstexten. Der ganze Leistungstext ist deutlich länger, wo dann entsprechend Kleinraumbohrungen und 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 mit enthalten sind, Bodenprobennahmen, Bodenluftprobennahmen. Hier nur ein Auszug. Wir liefern Ihnen mal ein Komplettleistungsverzeichnis, was wir Ihnen dann gerne zur Diskussion stellen. Das Gleiche betrifft die chemische Analytik. Das sind häufig 30 bis 40 Einzelparameter. Dazu kommen Parameterpakete. Wir haben hier nur mal fünf Positionen aufgeführt, wo entsprechend eben die Bestimmungen von Mineralölkohlen, Wasserstoffen, PAKs, PCBs, Schwermetallen stellvertretend aufgeführt sind. Wir können dazu eben auch noch die chemischen DIN-Verfahren aufführen, sodass man das ganze Ding komplett absichert und dann würde das für alle entsprechenden chemischen Parameter, die im Rahmen von Bodenuntersuchungen durchgeführt werden müssen, gemäß Bodenschutzverordnung entsprechend erfolgen. Zum Abschluss der Bodenuntersuchungen stehen natürlich die Auswertelleistungen und die reinen Gutachtelleistungen. Auf der Folie 33 haben wir Ihnen mal einen Leistungstext zusammengefasst für eine klassische Bodenuntersuchung. Da sind auch noch mal enthalten ein paar Leistungen für die Grundlagenermittlung. Wenn man keine umfangreiche historische Recherche vorab macht, sondern das nur in einem ganz reduzierten Rahmen für kleinere B-Pläne machen muss, kann man das halt auch so in eine Position reinpacken, sodass dann entsprechend eben hier in der Position 131 eigentlich alle organisatorischen und Steuerungstätigkeiten des Gutachters mit enthalten sind, sodass da eben auch dann eine hohe Verlässlichkeit bei der Bearbeitung da ist. Die Gutachterleistungen setzen sich mit der Auswertung fort, der Auswertung im Hinblick auf das Schutzgut Boden, eben der Betrachtung der Wirkfaktoren und Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, der Bodenfunktionsbewertung, Darstellung der relevanten Ziele für den Bodenschutz, die Ermittlung und Bewertung erheblicher Auswirkungen, sofern das erkundbar ist und ganz wesentlich die Empfehlungen zur Vermeidung, Verringerung, Nachteil ihrer Beeinträchtigung in Anlehnung an diesen Leitfaden, aber natürlich immer im Hinterkopf behaltend, dass die Baumaßnahme ja auch gerne umgesetzt werden soll, sodass es eben nicht unbedingt ein Hinderungsgrund sein soll, aber so, dass es eben angepasst ist an die entsprechende Gesetzgebung. Mit der aufgeführten Position 134 besteht ein Leistungstext, der dann letztendlich zusammenfasst, wie das Gutachten verfasst werden soll, also Erarbeitung einer orientierten Gefährdungsabschätzung mit den entsprechenden Teilleistungen, Anlass folgenden Zielsetzungen, Geologie, Hydrogeologie, Bodenaufbau, durchgeführte Untersuchungen, Methoden, Ergebnisse zu den untersuchten Medien, nutzungs- und planungsbezogene Gefährdungsabschätzung und Beurteile nach Bundesbodenschutzverordnung, wenn gewünscht auch eine abfalltechnische Beurteilung nach Lager- und entsprechender Deponieverordnung. Darüber hinaus wird häufig auch eine Kostenschätzung gewünscht, insbesondere eine abfalltechnische Kostenschätzung. Dies betrifft primär eigentlich Flächen, die im Verkauf sind. Das hat weniger was mit der Bauleitplanung zu tun, aber auch da gibt es häufig einfach mal Fragestellungen, wo dann halt sowas direkt mitbeantwortet werden kann. Das kann man auch zusätzlich einfach darüber hinausgehend noch anfragen und dann eben eine altlastenrelevante beziehungsweise abfalltechnische Kostenschätzung in Bezug auf die Planung des Bauvorhabens mit anfragen, sodass dafür auch Preise vorliegen. Die Hürde bei der ganzen Rahmenvertragsinitiative liegt natürlich darin, dass halt jede Fläche ihr Eigenleben hat und jede Fläche eine eigenständige Fläche ist, die einer eigenständigen und individuellen Betrachtung bedarf. Das heißt, wir würden hier vorschlagen, dass man Leistungsverzeichnisse mit Ansätzen trifft und diese Ansätze eben für unterschiedliche Flächengrößen, also mit einer Staffelung entsprechend vorbereitet. Wir würden da eine Staffelung von Flächengrößen bis 5.000 bis 10.000 Quadratmeter vorschlagen. B-Plan-Gebiete sind ja häufig größer beziehungsweise auch sehr groß. Das heißt, man geht dann rauf in einer weiteren Staffelung bis 50.000 bis 100.000 bis 500.000 Quadratmeter oder eben auch darüber. Diese Ansätze werden wir dann in Beispiel-LVs einarbeiten und das eben für die jeweiligen Teilleistungen. Das trifft insbesondere die technischen Leistungen. Häufig ist das so, dass in den Altlastenauskünften über Flächen, wenn dort Gewerbebetriebe sind, natürlich auch sehr detaillierte Untersuchungen zu machen sind. Da wird man dann mit einer oder zwei Sondierungen sicherlich nicht hinkommen pro 1.000 Quadratmeter, aber über ein B-Plan-Gebiet verteilt, ergibt sich dann immer eine grobe Zielrichtung, die sich an der Bodenschutzverordnung orientiert, dass man mit ein bis zwei Bohrsondierungen zunächst erstmal hinkommt für 1.000 Quadratmeter und dann entsprechenden adaptierten Analytik. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrages angelangt. Ich hoffe, dass wir mit den fachspezifischen Ansätzen und den Beispiel-LVs Ihnen zunächst erstmal einen Leitfaden an die Hand geben konnten, wo entsprechend jetzt nun eine rege Diskussion für die Erarbeitung von Rahmenvertrags-LVs daraus entstehen kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre LVs zur Verfügung stellen könnten. Wir stellen Ihnen gerne auch ein Komplett-LV, wie wir uns das vorstellen, zur Verfügung, sodass wir uns gegenseitig austauschen können. Ich freue mich über eine rege Diskussion im Nachgang. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.